hallo leute da bin ich wieder gebiete säuber ich bin jetzt ein monat lang nicht mehr im assassin's creed reingekommen habe ich gerade gesehen letztes spiel stand am 8.5.3.6 musste mal aufnehmen ganze festplatte war leer und ich musste noch assassin's creed 2 rennen aber da war ja nix drauf deswegen normales aufnehmen okay was ist das denn jetzt für eine mission die ich hier reingeworfen werde ich habe schon einiges gemacht zeigt mir hier voll die schwachsinn an ich bin ein bisschen erkältet hört man vielleicht ein bisschen häuser aber auch ein bisschen wie macht er das ja das frage ich mich auch wie macht er das wie macht er so beschissene fehler bisschen läuft auch ich komme kann man denn alles Ja, das... So geht's auch. Ich bin doch hier. Hallo, ich bin doch hier. Ich bin doch nicht im Sperrgebiet. Willst du dich verarschen? Ich bin ein Mann hier. Alter. Oh, jetzt hab ich zu wissen getötet wegen euch. Arschlöche. Ich steck die Waffe ein. Alter. Wir töten die Frauen, Alter. Kranke Basterde. Ich brauche aber jemand anders, nicht die Weiber. Die Weiber. Lass mich in Frieden, sag ich doch. Er kann uns nicht weglaufen. Jetzt hör doch auf. So, kommen die mit ins Wasser. Toll. Wir werfen dich ruhig ab. Äh, wie geht der Adler eure Scheiße weg? Hallo. Hallo. Sonst haben die immer ein Zeitlimit, wa? Aber hier. Haben die mich wieder vergessen? Okay. Dann hol ich mir die Leute da hinten. Ah, wir sollen hier, glaub ich, ähm. Er wird sich das Knie noch brechen. Er wird sich noch etwas brechen. Ich seh, ach, so ein bisschen. Tut, 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 tut. Haben wir hier einen Steckbrief oder so? Was ist da rein? Was ist da rein? Ich geh hier nur durch. La, 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 la. Ha, ha, ha. Ist das ein Spaß? La, la, la. Mit ein paar. Weißt du, die haben hier Schwerter alles drum und dran. Sagt keiner was. Ja. Sagt einfach keiner was. Sagt keiner, oh, oh, oh. Warum die die dicken Dinger her? Pack mal die wieder ein. Du, du, Unheult. Dann, Wurfmesser, Wurfmesser, zack. Das ist Zato. Eko noch, schneller! scheiße toll lasse ich alle vermöbeln oder jedoch nicht steckbrief oder so weißt du jetzt finde ich gar keinen niemals einen gesehen der ist dahinter jetzt rechsack vielleicht brauche ich nicht mehr weiß ich nicht ob die es gehen schade nein das ist ein jetzt das ist Oh, wollte ich nicht. Äh... Ach, der ist tot. Wie das denn? Ich weiß nicht, ob er es nicht macht. Ja. Geht die scheiß Truhnummer auf. Ah. Soll ich mal alles mit E und dann... Ich brauche Steckbrief. Ich brauche Steckbrief, verdammt. Was ist das denn da für ein Zeichen nochmal? Ah, da. Was macht der denn da? Kacken. Alter, einfach nur kacken. Wenn, wenn, komm. Ich habe ja 15.000... Wo habe ich das ganze Geld her? Ich sag nichts. Wir haben noch 11.000... Alter, was habe ich denn hier gespielt? Hohoho. Oh, hohoho. Ist das oben? Glaubt, ja. Das macht es ja noch am schwersten. Hm. Nein, die Qualität vom Klettern von Arno ist ein... Lausig. Lausig bis, äh, ganz lausig. Ja, Feuerathlet. Da kann ich nicht folgen. Ihr seid allein. Scheiße, Alter. Ohne Kollege. Ihr dubler Ju. Da, da. Ein Festmahl für die Ratten, heute Nacht. Der ist runtergefallen. Ich kann nichts dafür. Da, 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 da. Geist ein Arschlo. Das gibt's auch im Sack. Da trifft's da einen Kollegen ab. Waaain! 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 Heilungskräfte. Waaain! 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 Gib's doch nicht! Bist du blöd zum Klettern? Ich glaub es ja. Wollte ich vermuten. Du komm. Waaain! Waaain! Warum, Arno? Warum machst du mir das Leben so schwer? Waaain! 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 runter sehr gut ich gehe runter ich gehe unter meine fresse ich gehe runter meinen die alle direkt überreaktieren hier unter die unter die unter die unter verdammt geh runter geh runter geh runter ach du scheiße diese gehen ja da jetzt zurück irgendwo hin steckbrief brauchen nicht oder assassinen grab aber das haben wir ja schon als aussitzpunkt ach so ja ich lasse es lieber mal ich werde nur das was hat der ach du scheiße so ein schwuchte kram hier was will ich denn damit zurück schwuchte alter ja nee brauchen wir auch nicht ein bisschen schwuchtig nichts gegen schwuchtig nichts gegen schwule leute nur die npcs können schwul sein also ist eine schule ausgehender etwas böses ach hier waren wir da außen da waren wir hier nicht jemand auch drauf nein was warte mal was ist wieder von mir hey was 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 müssen wir da hin naja dann ich weiß von gar nichts auf einmal hier willst du nach da reisen und willst du nach da reisen haben wir irgendwas verpasst dass ich so gut aussehe also so gute klamotten haben kann ich gleich drinnen erinnern was muss ich hier zurück hey kostet das nicht was die fische fahrt also doch hier also doch hier ähhhhh ich habe da ein großes missgeschehen in einer anderen dimension gesehen ja es war groß so muss ja genau das sind ja ganz schön genauso groß das war so krass und und ich habe es doch gesehen ach komm weg ich hab's doch gesehen nein geh weg geh verpiss dich ich hab's doch gesehen es war so groß bla 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 wiederhol wiederhol bleib zurück hilfe wache ein mörder weiss stimmt doch gar nicht trink den saft den nektar den was den nektar nektar ist ein schönes wort hat sich leck ja hat sich auch ekelhaft an so 240 meter schade dass man nicht tauchen kann tauchfunktion tauchen einer hat uns gerade noch gesehen so gespät hatte so zack da ist jemand im wasser der ist böse einfach so böse der bade einfach böse der kleidet da oben hoch der ist böse ja klar guckt euch mal den spiegel an da seid ihr gut und das nur wo die 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 weg also das ist dieses hier aber das kann man ja auch hier mit besser machen das könnte uns leisten dann brauche ich nur das nicht mehr ne ja du bist teuer das sieht mega aus das glänzt so schön da läuft mir ganz hinterher was will da von mir kommt freunde ich habe heute frisch gefaltene egel geh mal weg egel ist ja egelig schickte aha der schickt mich nein ich bringe doch einfach aufs boot ist das so schwer nee das kann jeder vor trottel volltätsel ne wir müssen aber jetzt weiter egal egal dann halt so ach der schick ja keine ahnung keiner da spielt auch wie ein vollhorst das ist an dem sie gut müssen hoch das stimmt ne sie selbst bei seinen dummen künsten so was ist denn hier es ist soweit ach ja stimmt wie schön sieh nun hoffen wir dass euer plan aufgeht denn wir haben fast keine zeit mehr höre gut zu du wirst von feuer zu feuer fliegen müssen die hitze der überflogenen feuer wird dich wieder aufsteigen lassen verstanden aber vorsicht heute nachts sind schützen auf den dächern weiche den pfeilen aus oder es wird ein kurzer flug ich wünschte ich könnte mein schwert benutzen während ich dieses ding fliege hehehe nun du hast die beine frei wenn du nah genug herankämmst oder ein pfeil im schädel könntest du dich vielleicht von den dächern treten nett jetzt oder nie amikomio okay guter tipp ja ich hoffe die steuerung ist gut ich hoffe es einfach aber viel kann ich nicht versprechen dass das klappen wird was sie ist sie ist auf den dämon ich brenne alter ich brauche feuer ich habe schon sechs gemacht weil ich bekam nicht mehr das feuer weil es so tief war es ging die wang geklatscht hehehe pff die meiste wird das spiel jetzt sagen so endete arnos geschichte ganz einfach das ist ein anderer das ist ein anderer das ist eine stimme voll die bekackte stimme ich bekam kein feuer mehr ja da muss ich ja extra einen umweg gehen wenn ich die ist ist das ist